Las Vegas ist der beste Ort der Welt für Männer und Frauen, um die Sau rauszulassen. Sieg! Sieg der Freak! Der Kerl ist eine Legende bei den Ladies. Das kann ich mir vorstellen. Das brauchst du dir nicht vorzustellen. Wir haben das auf Video. Ich kenn ihn gar nicht. Und es ist immer noch die erste Wahl für Pärchen, die das Verrückteste von allem machen wollen. Heiraten. Bist du etwa in der Nachbarsuite? Wenn die Tür zu ist, hört man so gut wie nichts. Zum Glück kam ich auf die einzig vernünftige Weise her. Damit meine ich als Single-Leute. Hey! Der Lambo steht doch okay da, oder? Das ist mein Auto. Das ist deine Junggesellenabschiedsparty. Die nächsten 24 Stunden verbringen die Jungs mit den Jungs. Und die Mädels mit den Mädels. Es ist ein Kampf der Geschlechter. Du hast es mit Profis zu tun. Los geht's! Auf die Frauen! Floyd Mayweather! Oh! Nur eine wundervolle, herrliche Nacht lang, meine Herren, sind wir all unsere Verpflichtungen los. All unsere Verantwortung. Oh Gott! Wir sind noch nicht fertig, Randy. Hey Randy, ich bin Bennet. Bennet, schaff deinen Arsch her! Ich wüsste nicht, wieso Frauen nicht genauso viel Spaß wie Männer haben sollten. Candace, das ist Idris. Oh, pass auf! Oh Mann. Du hast den Jungs den Bus geklaut? Genial! Ja, aber womit fahren die jetzt? Wen interessiert? Ich hatte den Partybus mit Stripper-Stange bestellt. Sehen wir aus wie ein Haufen Kerle, die in sowas auftauchen würden? Also, um ehrlich zu sein, ja. Das ist okay! Nein, nein! Schläge weg! Während wir hier drin sind, überlasst mir das reden. Was? Weil ich die Verurteilten auswendig kenne. Hast du ihn gesehen? Nein. Genau, also fehlt dir auch das Wissen. Alle mal herhören! Kling wie ein Mann 2. Zu tief! Ich kann nicht schwimmen! Es ist wie Finnet Nemo mit dem Kerl. Sollen wir ihm helfen? Hilfe! Nein.